so da sind wir auch schon hallo patrick willkommen bei uns ich hoffe die anreise war in ordnung aber es war ja glaube ich nicht ganz so weit müsste auch aus düsseldorf direkt gekommen sein ich komme aus oberwirk und bin mit dem fahrer gekommen ja das wetter ist gut dafür ja wahrscheinlich der letzte schöne tag in diesem jahr vermutlich wo man mit dem pullover umgucken kann ja das stimmt letzten tage war ein bisschen regnerisch aber heute haben wir glück mit dem wetter passend zum stream ich würde erst mal sagen stelle ich am besten bisschen vor für die leute die dich noch nicht kennen ja wie gesagt ich bin der patrick hier und wohne hier in düsseldorf und arbeite hier in düsseldorf als freier fotograf und verschiedene projekte am laufen aber ich will erst mal was zu meinem werdegang sagen ursprünglich komme ich nämlich aus dem aus dem münsterland da bin ich dann 94 weggezogen eine lehre als feinmechaniker gemacht also eine beruf der so gar nichts mit fotografie zu tun hat auch ein sehr kleiner ort also der ist wie ich glaube er hatte damals 7000 7500 einwohner also wirklich sehr überschaulicher und war halt auch in der fotografie nicht wirklich das was man so wollte hab dann natürlich auch einige sachen gemacht im fotoclub und vrs kurse und solche geschichten aber dann für die professionelle fotografie war dann nicht okay nicht viel und letztendlich bin ich durch den zufall eigentlich in düsseldorf gelandet hatte so eigentlich geplant in straßburg ein praktikum zu machen das hat dann aber sehr sehr kurzfristig nicht geklappt okay und dann habe ich mich entschieden ja als ich hatte musste keinen ersatzdienst machen damals musste man noch ersatzdienst machen in den in den 90ern und dann gesagt okay was mache ich jetzt mit der zeit das klappt nicht in straßburg mit dem fotopraktikum mein bruder wohnte in köln und köln-düsseldorf da war dann war es dann sehr nahe dass ich dann nach düsseldorf gegangen bin habe da in den schwarzen brettern geguckt und die zettel abgerissen angerufen und die ersten praktikas gemacht okay in der in der professionellen fotografie das habe ich im endeffekt bis anfang 96 gemacht bei verschiedensten leuten in auch verschiedensten bereichen ob still life habe ich am meisten eigentlich in der ersten zeit gelernt mode gut autos irgendwann sagt man okay jetzt kann ich so halbwegs assistieren jetzt gehe ich auf den markt und versuche das mal das war dann 96 habe dann ja mich beworben bei allen leuten das hat auch super funktioniert sehr viel assistiert über viele jahre was ich heute auch noch zum teil mache und habe da auch wahnsinnig viel erfahrung gesammelt wirklich in allen bereichen was mir heute hilft viele sachen sehr einfach umzusetzen oder auch in meinem zum beispiel mein projekt school lumix locations beurteilen zu können taugen ja was bringen die überhaupt was für eine fotogeschichte er hat es so der grobe werdegang jetzt hier in düsseldorf ich bin natürlich in der in der klassischen analogen fotografie aufgewachsen das heißt wirklich noch mit polaroid planfilm rollfilm bis zu 8 x 10 inch mit den großen fachkameras und habe diesen diesen übergang zur digitalen welt wirklich hautnah mitbekommen am anfang war das alles noch nur einfach sagen es war wirklich schrott ich weiß ja eine große auto produktion gehabt wo hinten noch die scanner in die die fachkameras gesteckt worden sind und dann hat man eine blende 8 gehabt ich weiß ich gar nicht mehr aber man hat dann eine halbe stunde gescannt das heißt man hat dann auf den belichter gedrückt und dann hat dieses das war ein scanner hat er dann eine halbe stunde gescannt um die blende 8 zu erreichen aber wir hatten natürlich dann auch licht von 30 40.000 watt auf den geräten also es war auch immer ein problem man schmilzt was ja also die hitze aber das muss ich gar nicht weiter reingehen das wurde ja dann nach und nach besser und dann kamen ja doch die ersten climate kameras raus und ja also es war dann irgendwann auch nutzbar also wenn ich wenn ich wirklich die ersten bilder von mir sehe die ich mit der digitalkamera gemacht habe wo ich sage blöd das ist alles wirklich murkst das war hat die industrie irgendwas verkaufen was gar nicht brauchen was einfach nicht gut war zu dem zeitpunkt oder noch noch nicht gut und ja aber es hat sich dann weiterentwickelt und für mich war das auch immer so eine sache ich wollte meine kleine kamera bei haben mit der man ja die keinen platz weg nimmt und die man in der tasche hat oder eine jackentasche packen kann oder einen rucksack und habe dann tatsächlich 2008 muss das gewesen sein meine erste lx zeige kauf von lumix das war so mit einer der ersten kameras die glaube ich ein leica objektiv hatten auch ein anständiges weitwinkel ja also es war jetzt nicht nur so 40 mm oder 35 bis 30 oder 28 oder sowas und konnte auch raum ja das war sehr entscheidend damals für mich auch eine gewisse sicherheit zu haben das war natürlich auch noch nicht so gut aber war schon wie viel weiter vorne und ja da habe ich dann angefangen eine kleine kontakte kamera mitzunehmen und habe ja die ersten urlaubsbilder gemacht ich habe auch ein bild vorbereitet mein erstes urlaubsbild aus namibia das habe ich mit der mit der lx 2 gemacht und da sieht man auch noch die kamera konnte nur 16 zu 9 format das ist mir jetzt überhaupt nicht aufgefallen aber jetzt im nachhinein konnte einfach nur 16 zu 9 10 millionen pixel oder sowas das war auf jeden fall schon schon ganz ordentlich und mit der habe ich dann auch eine zeit lang arbeit und fotos gemacht bis zu dem zeitpunkt das ist vielleicht irgendwie ein glücksfall gewesen wir waren auf einer produktion in spanien in barcelona haben da eine auto fotografiert von diesem großen w gebäude was da am strand steht und wie das hat immer so riesen hektik ich habe meine meine kamera die in so einem schönen etui war mit jeder und so wie man sich das halt kauft in so einem produktionskasten gelegt und war dann am montieren und haben es war die dann da nicht mehr danach okay hat irgendeiner von der produktion mit nach hause genommen und die kriege ich wieder am nächsten tag sind wir ein bisschen aufwärts von düsseldorf von barcelona gefahren zu einer stelle wo wir im tunnel fotografiert haben und auf dem hinweg bin ich sogar der kolonne hinterher gefahren und sehe wie von einem vorfahrenden fahrzeug was schwarzes wegfliegt und ich dachte oh was ist denn da weggeflogen irgendwas vom scheibenwischer ja und dann auf der location angekommen wie natürlich gefragt wer hat meine kamera und so und dann stellte sich heraus dass irgendjemand diese kamera aufs auto gelegt hat aufs fenster genau und da wurde mir natürlich ganz schnell klar dass das meine kamera war die da durch die gegend geflogen ist und ja wahrscheinlich ein paar schöne erinnerungen darauf aber die war dann weg und war natürlich nicht mehr zu gehen selbst ich habe mehrmals vorbeigefahren ob ich noch irgendwie den chip zumindest retten kann aber nicht machbar das hatte aber zur folge dass ich von dem geld was ich von der versicherung bekommen habe tatsächlich zu foto koch gegangen bin und habe mir meine erste gf1 also die erste das erste spiegellose die spiegellose systemkamera und das war halt auch was komplett neues kompakt hat auch diese video funktion was auch wirklich toll war zu der zu der zeit dann mit der kamera angefangen zu fotografieren aber auch nur im familiären bereich also es war jetzt nie dass ich die kamera mit in business genommen weil er einfach auch die die qualität noch nicht das musste noch ein bisschen wachsen sage ich jetzt einfach mal das war halt noch nicht auf dem ganzen level was halt vorher schon einfach da war okay nenni dass das braucht seine zeit und ja also nebenher jetzt um die verbindung zu zu fortuna zu finden wo ich dann letztendlich angefangen habe mit mit der numix zu fotografieren ich bin irgendwann als fortuna in die zweite liege aufgestiegen ist gibt das hat 2009 und 2008 2009 bin ich zu fortuna gegangen weil ich wollte wieder fußball sehen ja das war jetzt mal völlig unemotional sondern einfach nur fußball sehen und und bier trinken habe da halt meine leidenschaft entwickelt zur fortuna irgendwie dadurch dass ich dann auch immer mehr spiele gesehen habe eine dauerkarte und all das was man am anfang natürlich macht ja war dann ich weiß gar nicht das war genau durch das das erste mein erstes auswärtsspiel was man das ist ja als erstes auswärtsspiel was ich hatte war das relegationsspiel in berlin und das hat mich natürlich so wahnsinnig geflasht das ist ein erlebnis was ich heute immer noch habe ich auch direkt gänse auf wenn ich wenn ich daran denke das war ein ganz besonderes spiel weil viele emotionen drin war man hat mit nichts gerechnet aber hat dann trotzdem zwei eins gewonnen bombenstimmung der block war voll also das war wirklich keiner der dabei wird das je vergessen ja sind wir in der ersten liga aufgestiegen und dann habe ich angefangen auch auswärts zu fahren und das hat mich dann immer mehr so in den bann gezogen auch so die 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 fanszene und dann sind wir wieder abgestiegen in die zweite liga wie das halt immer so ist mit unserer fortuna wechselt mal regelmäßig ja das sind das gehört wahrscheinlich zur philosophie dann ging es in die zweite liga da bin ich dann auch wieder auswärts gefahren habe dann aber immer gesagt okay jetzt will ich mal mit einer kamera in starten und hat mir eine gx7 gekauft und habe die beim ersten zum ersten spiel auswärts mitgenommen auch noch irgendwie ein spiel gegen ahlen damals in allen auch so ein chaos spiel doch wir haben zwei verloren die fans ging auf dem auf dem zaun großer polizeiansatz und ja auch ein spiel was die fans nicht vergessen werden da habe ich jetzt mal auch ein erstes bild zum zeigen so typisches bild von dem spiel wo man halt ganz gut sehen kann ja was dann später los war auch für mich jetzt im nachhinein super interessant wie sich die polizisten da geben ja gibt die polizisten ist nicht mehr es gibt die polizisten nämlich angucken und es gibt eine gruppe von polizisten die ihren kopf abdenken weil sie nicht erkannt werden wollen ja ist also das übliche was polizisten zu machen beim fußball oft ja und diese fotos habe ich dann in einem blog der sich dann fortuna brötchen nannte oder immer noch heißt reingestellt und war ja auch schon mal so eine 360 grad tour dies ist ein stadion gemacht und so von meinen auswärtsspielen so die in den blog gezeigt aus der kurve raus ja und so füllte sich das dann immer wie von jedem auswärtsspiel habe ich bilder gemacht dass das haben dann immer mehr leute so nach und nach gesehen und kennengelernt das war nie eine große gruppe immer recht klein weil diese auswärtsfahre das ist eher so in der sinne ein kleiner haufen von menschen das ist nicht die masse dann in der saison danach also dass das war jetzt glaube ich um 2013 in der saison danach habe ich dann ein erstes buch gemacht weil bin ich dann noch regelmäßiger auswärts gefahren und habe dann ich glaube gegen gegen ende der saison gesagt okay jetzt hast du so viele bilder du könntest ein buch daraus machen und ich habe noch nie ein buch gemacht also noch nie ernsthaft eins gemacht und dachte mir ist eine möglichkeit auch mal eine ganz andere fotografie zu zeigen weil eigentlich sollte fortuna brötchen oder das was ich da fotografiere ein pendant also ein pendant nicht sondern eine abwechslung zu der werbefotografie sein die werbefotografie ist oft sehr nenne es jetzt mal vorsichtig monoton es sind immer dieselben ritual es ist immer immer gleich und hier kann man sich komplett anders ausleben angst ist freizeit es ist auch irgendwie ja es passiert viel sind viele motive die entstehen weil man fährt morgens los und kommt abends zurück genau man hat dann von morgens bis abends die die kamera in der hand mehr oder weniger ja da habe ich ein erstes buch gemacht da zeige ich auch mal den titel das hieß dann auswärts 2014 2015 11.800 kilometer mit fortuna durch deutschland habe ich selber quasi verlegt also eine druckerei gesucht und habe das auch von fans subventionieren lassen damit man auf einen buchpreis kommt der für die leute erschwinglich ist und ich meine es wären damals 20 euro gewesen ich meine 20 euro waren es was aber auch nur mit hilfe von fans zustande gekommen ist dass man das nicht also dass die haben was dazu getan so ist dann der preis gesunken und das war auch relativ schnell weg weil es eine wirklich kleine auflage gegeben hat sage ich hier mal ein paar motive die entstanden sind hier auch ein typisches spielbild von einem trommler dann im stadion das ist in braunschweig dann ein weg wie man oft zu spielen läuft hier läuft man in hamburg also sagen pauli läuft man fast immer über den send die sende das heißt nicht sind über den nicht die reeperbahn oder der ist auch egal wie der heißt der heißt nicht sind egal auch hier weil das sind so typische situationen wo dann halt auch so eine kamera funktioniert weil sie klein ist und unauffällig und du kannst schnell ein foto machen ja dass das passt dann auch wieder mit in der kommission zur zur kammer auf die richtung hier eins von einer raststätte eine auch eine auslage in richtung verschiedener klubs oder eines ganz gewissen klubs dann auch ein detail aus dem stadion den foto für mich was leute gar nicht so erkennen dass es natürlich springt man im stadion auch eigentlich ist im block normalerweise immer relativ viel bewegung selbst wenn es auch mal schlecht läuft dann ist auch mal bewegung im block ja das war so dann die die zeit von dem ersten buch und ich habe das dann weiter gemacht in den jahren danach und habe das erste buch den leuten von porno sonic gezeigt und gesagt guck mal hier das ist ein buch das habe ich nur mit der gx7 fotografiert und dem 20 mm objektiv also dieses dieses pancake das war halt dieses silberne kamera wo man den sucher nach oben klassen konnte und mit dem pancake war das halt wirklich sehr klein und durch die blende 1 7 auch schon recht lichtstark hatte noch kamerate noch schwächen in der iso zahl da ging es dann so bis 800 ab 1600 wo dann schon kriminell ja kriminell noch nicht aber das war dann schon war schon artefakte nicht ganz so gut aber immerhin reichte ist um ein buch damit zu machen durch diesen kontakt habe ich dann halt auch immer mal eine linse bekommen von dem das heißt lumix oder panasonic hat gesagt ja mal matrix teste mach das oder teste auch die kamera mal habe das dann auch intensiv gemacht und dadurch hat sich auch meine man jetziges setting quasi entwickelt also ich bin dann irgendwann zu der 15 mm linse gekommen weil das für mich so der blickwinkel war den ich in der welt habe also 20 mm war immer zu lang das sind ja dann umgerechnet 40 mm im kleinbild umgerechnet und diese 15 sprachen also 35 also schon den etwas weit winkliger blickwinkel normalerweise redet man von 50 mm hat das auge aber das passte nie in meiner in meiner welt und gerade im stadion nicht und da ist auch ein großer unterschied gewesen um eine eine echtheit zu erzeugen also in den bildern also der betrachter sollte dann irgendwann die das gefühl bekommen er steht da drin ne also der typ der vor ihm steht und die fahne schwenkt oder was auch immer vor ihm passiert oder in der situation das ist aus seiner sicht so passiert und so habe ich dann auch ja das zweite buch gemacht mit dem setting das ist glaube ich weiß gar nicht kann das gar nicht sagen mit welcher kamera das hauptsächlich passiert kann sein dass ich einige sachen mit der g 81 gemacht habe und dem 15 mm objektiv aber sicherlich auch ein teil schon mit der g9 okay das war so dann mein setting also quasi das setting was ich jetzt auch immer noch immer nutze das ist das womit ich ins stadion gehe das ist jetzt als ich zum ersten mal die die g9 in der hand hatte dachte ich okay die ist vielleicht einen tacken zu groß für stadion schon weil man hat ja die problematik dass man eigentlich mit den kameras nicht ins stadion darf wegen wie darf ja kein foto machen ohne irgendwas unterschieden zu haben heutzutage ja 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 genau also endlich was ich da mache ist alles illegal ja wenn man das auf einen punkt runter bringt vielleicht gibt es dann noch so die die freiheit der kunst aber das wollen die eigentlich nicht ja und ja das ist das hätte mit dem ich in stadt gegangen bin und damit sind dann halt die ganzen bis heute arbeite ich damit das ist für mich so die perfekte kombination ich zeige auch noch mal ein paar bilder aus dem zweiten buch was dann 2018 rausgekommen ist hier sieht man gerade auch das was ich mit dem 15 mm beschrieben habe man man denkt einfach man ist da drin also man ist im im stadion und man erlebt das also das ist das was ich auch ein feedback von den leuten bekomme dass die sagen ja so habe ich das auch erleben im stadion oder so erlebe ich auswärtsfahrten ja hier auch eine klassische situation ja ich kann gar nicht sagen wo das klo ist da eins von diesen von diesen toiletten ich mache bei quasi in jedem stadion versuche ein bild von der toilette zu haben das habe ich auch auf dem blog gesehen meine frage ist auch ein bisschen wie geht man da auch so ein bisschen drauf ran ich meine die die leute wissen es wahrscheinlich nicht dass sie in dem moment fotografiert werden hat ja auch das auch den vorteil mit den lukskameras ist ein bisschen kleiner man kann es auch ein bisschen diskreter dann auch machen meine entscheidung ist auch ein bisschen wie kam es auch dazu auch solche situationen mit rein zum aber jetzt wirklich auch komplett zum erlebnis dazugehört um eine ganze geschichte zu erzählen oder weil es manchmal so ein paar lustige situationen auch ergeben hat wo man sich selber auch ein bisschen daran erinnern wollte ich glaube jeder der so auswärts fährt und so wie ich das mache weiß dass eine toilette ganz zentraler punkt ist an dem tag und diese toiletten parat natürlich unheimlich viel kultur die vielleicht erst mal so gar nicht so offensichtlich ist aber sie sagt viel über den gastgeber aus wie bietet er toiletten den fans an das kann man kann man sehen von ich sag mal von einem loch bis zu einem modernen toilette ist alles da und ja man sieht auch hier dann diese diese fankultur dieses diese aufkleber dann dieses beschmieren das sind situationen die jeder kennt und für mich ist es wichtig das auch festzuhalten auch diese geschichte zu erzählen also das gehört mir zu aber jetzt natürlich fotografiere ich die leute nicht sag mal guck mal zu mir was ja auffällt dass ich ja ich zeige ja keine menschen auf dem bilder das heißt ich zeige nie ein gesicht von einem menschen und wenn man jetzt hier im bild davor geht sieht man unteren bereich in der mitte da ist jemand den ich verstempelt habe weil man ihn vom profil an erkennen kann das ist halt ja ich darf die leute nicht sagen also es geht das ums geschehen und nicht um die person halt selber ja ja genau natürlich ich muss einfach aufpassen dass das geht nicht und klar die kamera hilft mir dabei gerade das lautlose ich meine die ist eh nicht laut wenn man sie leise stellt ist das ideal ist klein also ich habe ja auch nicht so eine riesen tasche um sondern die tasche ist genauso groß wie die kamera und die ist halt dies immer an ja und die tasche ist immer auf mehr oder weniger und ich hole die raus ist wie so ein colt ziehen das muss halt sehr schnell gehen beim rausholen drücke ich schon auf den auf den power-knopf und wenn ich sie an einem auge habt dann ist sie da drücke ich ab ja das ist halt auch ein riesen 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 vorteil dass das bei der kamera funktioniert und das dann auch dass ein scharfes bild da rumkommt natürlich habe ich die kamera vorher eingestellt dass es so ist aber sie ist sofort da und sie macht sofort ein bild weil da geht es ja oft in solchen situationen um ja niemals kunden sondern noch kleinere zeitangaben das muss sofort funktionieren naja also auf toiletten natürlich auch schon jemand der das macht die fotos und aber das ist ganz 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 selten wir haben auch eine kleine zwischenfrage vom chat wenn ich es mal einwerfen kann es wird mir gefragt in wie vielen stadien du so pro jahr ungefähr bist momentan gar kein okay ja vor corona so vielleicht als nennenwert dass man so einordnen kann also ich versuche eigentlich alle auswärtsfahrten mitzumachen es gibt sachen wo ich nicht hinfahren aus leipzig da werde ich nie hinfahren bestimmter grund oder weil leipzig ein scheißverein ist ganz klar gesagt da sage ich einfach als als extremer fußballfan das darf man gegen solche vereine ja und sonst versuche ich alle fahrten mitzumachen das sind dann zwischen 10 und 15 16 stadien dann auch oft noch mit der zweiten mannschaft da bin ich auch viel unterwegs aber das ist dann hier im kleineren bereichen oder zu testspielen also sind bestimmt so zwischen 15 und 20 stadien pro pro saison so muss man das ja sehen pro saison würde ich das einschätzen ok ja ja aber interessante frage deswegen auch wenn ihr noch mehr fragen habt gerne auch auf fotokoch.de slash frage da wird es dann auch direkt an unsere speaker oder auf die moniker weitergegeben dass wir das ganze auch weiterleiten können ok nochmal ein bild hier aus der aus dem buch auch hier finde ich ein schönes beispiel für diese 15 mm wo was mir was mir deutlich zeigt dass da stehe ich und guckt da der frau aufs handy ich bin direkt daneben ich bin nicht fünf meter weg sondern ich stehe neben der und brauche nur den finger ausfahren dann kann ich selber auf zumindest an die frau tippen nicht an das handy aber und das macht halt irgendwann auch die perspektive aus also das ist halt wichtig weil im blog ist man eng zusammen und damit dass man also das auch sieht sowieso fotografiert sehr viel mit perspektive zu tun was leute durch zoom objektive leider auch umgehen das stimmt sage ich übrigens allen leuten also bewegen ja noch ein motiv ja das auch klassisches motiv hier auch von vorteil auch schnell zu sein situationen ergeben sich da muss man einfach dann auch möglichst unentdeckt auch fotografieren also im idealfall ist es so dass die leute gar nicht mitbekommen dass man fotografiert das ist also die beste herangehensweise das ist natürlich mit einer kleinen kamera mit der g9 jetzt und mit dem objektiv ja dass das ideale werkzeug dafür schnell und klein sein ja auch das ist ein foto was auch gar nicht mehr so fan sein betrifft sondern es geht ja nicht nur um den blog um die fans die die fahne schwenken oder um spiele oder irgend so was sondern auch viele details die ich im laufe des tages abfotografiere und das zeigt auch wie die universal die kamera für mich mittlerweile einsetzbar ist also bisher konnte ich damit noch nicht anfangen aber jetzt seit einigen jahren benutze ich diese kamera auch um wirklich sehr komplex damit zu arbeiten und die wir jetzt an so einem beispiel sehen das ist jetzt eine toiletten aufnahme das ist ein detail von einer toilette wo schlechte lichtbedingungen oft sind aber ich kann das mit der kamera machen weil durch die stabilisierung und das alles das funktioniert auch im nächsten bild da ist architektur das sind architektur foto das ist jetzt nicht mehr hat nichts mehr mit mit dem klassischen fan foto zu tun aber es gehört mit zur reise zum zum spieltag und das ist halt auch ein elementarer bestandteil in der fotografie von fortuna brötchen die anreise zu dokumentieren und auch zum teil die abreise wobei abreise oft nicht ganz so groß ist weil man verloren hat und gefrustet nach hause fährt hier vielleicht auch mal kurz was zu der zu der filter technik falls die frage aufkommen sollte all die bilder von fortuna brötchen sind mit dem cross filter genaue cn 40 nennt sich gern gekrosst und der noch ein bisschen modifiziert ist von mir das habe ich halt auch so mit den jahren halt immer weiterentwickelt und habe jetzt so einen eigenen filter der basiert aber auch auf dem klassischen crossfilter also früher war das der film der der 6 film also der diafilm den hat man dann als negativfilm entwickelt also deswegen crossen die prozesse cn 40 ist der chemische negativfilm entwicklung und e6 ist halt der diafilm der positivfilm das ist heute auch alles nicht mehr so wichtig und ja dann noch ein paar beispiele wie es dann weiter geht auch fotos die rund um das stadion geschehen zum beispiel das sind auch sehr aufnahmen wie sehr sehr gerne mag blutlichtmasten und hier sieht man dass ich ein filter drauf habe das erkennt man wo an ist bestimmt sofort aufgefallen es ist noch an den lichtstreaks von den oder worüber reden wir gerade noch genau es sind halt quasi diese stelle ist dieses ufo ja was dann geschieht da ist ein ganz billiger filter drauf also wirklich der ich sag jetzt mal ein euro oder so okay einfach uv filter um das zu schützen ja weil im stadion fliegt jede menge durch die gegend also dann ist das alles verklebt von bier oder von anderen getränken und da bildet mich die linse will ich halt wirklich schützen dass wir das hier dann auch macht und das stimmt das ist halt so ein zeichen dass man relativ billigen bilder darauf hat ja wir haben noch eine frage weiter im chat wie wird deine arbeit von den ultras angesehen fotografenpresse sind ja in der szene oftmals eher unerwünscht also ich habe das hat alles was mit respekt zu tun und vertrauen also du kannst nicht mit der kamera in block rennen und ultras fotografieren das geht nicht ja das ist ja ein prozess wenn ich überlege wie lange ich jetzt fahre also die leute ich habe das ja nicht habe ich nicht in die erste reihe gestellt nach fotos gemacht ich habe erst ganz oben gestanden und habe mich dann ich will nicht sagen unter gearbeitet aber hab dann so nach und nach das vertrauen gewonnen in den leuten und dieses vertrauen muss blind da sein also ich mache auch fotos wo sachen zu sehen sind die die nicht in die öffentlichkeit geraten dürfen und diese fotos zeige ich auch nicht ja oder wenn ich bilder zeige von leuten die pyro zünden dann versuche ich die bilder so zu machen dass man sie nicht erkennt also erst mal mache ich sie so dass man sie nicht erkennt und falls es doch ein merkmal gibt das kann eine uhr sein das kann ein tattoo sein das kann ein label sein von von der marke mache ich das weg weil ich möchte nicht das beweis foto sein würde die für die polizei oder wie die leute die dann darüber urteilen also da sollte man sehr vorsichtig mit umgehen mit der fotografie und es ist eine vertrauensbasis die sich aufgebaut hat die aber jetzt schon seit einigen jahren existiert ich glaube dass es auch viele leute gibt auch aus dem ulter bereich die das nicht nicht gut finden weil man vielleicht zu viel zeigt okay von von der szene von dieser ultra welt das kann ich auch verstehen das ist vollkommen richtig ich glaube aber auch dass man viele leute befruchten kann mit diesen fotos ich glaube dass vielleicht auch einige leute gesagt haben okay ich diese bilder gefallen mir so ich möchte auch in die kurve möchte da aktiv werden möchte eine fahne schwenken oder ich möchte doppelhalter halten und der Mannschaft zu jubeln ja ich glaube dass das auch auch vielleicht schon mal passiert jetzt aber grundsätzlich man muss da wirklich aufpassen okay da gibt es noch mal eine frage gibt es schon mal eine rätselige situation wo du beispielsweise von fans angegangen wurdest wenn du im blog fotografiert hast also von eigenen fans weniger gab da auch mal situation aber dann ist es oft dass sie nicht wussten wer ich bin weil ich mache da jetzt ich gerne nicht da rum und sage ich bin der patrick und macht fotos ja dass die dann sagen aber praktisch kammer weg dann sage ich nochmal ne ist schon in ordnung es ist abgesprochen dann wenn ich dann sage was ich mache dann wissen sie sofort bescheid das war am anfang oft der fall aber klar also jetzt fremde fans hatte ich immer situation auch jetzt mit mit der kamera da sind wir in einer rangerei gekommen da wurde mir die kamera aus der hand geschlagen weil es natürlich diese sache fotografiert haben und die kamera flog in hohen bogen durch die gehen und ich sag ja verdammt die ist kaputt ich habe die kamera aufgehoben habe mir die angeguckt habe weiter fotos gemacht das ist also so ja also so stabil ist das ding einfach nicht mal jetzt war ein glück klar also muss man aber normalerweise wenn eine kamera aus meter fünf sich aus der hand geschlagen wird dann ist die kaputt ja das stimmt also da aber jetzt hier ist nichts dran also aber klar also grundsätzlich ja hat sich das auch in den letzten jahren so ein bisschen verändert ich meine dsgfo datenschutz verordnung sowas wurde auch immer prägnanter in street photography merkt man es meistens dass leute sehr sensibel auch in den letzten jahren wurden wenn man fotos gemacht hat merkt man es ist eine kurve auch dass es sich geändert hat in diese richtung oder ist es eigentlich recht gleich geblieben in der szene also ich glaube jetzt in meinem fall hat das eher was damit zu tun dass die die access ab ab 6 dann ist mir gegenüber besser geworden ist die leute vertrauen mir natürlich wenn wenn wir oft einen marsch haben irgendwo hin da sind viele leute am rand die filmen und so dem wird dann schon gesagt haben wir pack die kamera weg ja aber ich habe das jetzt nicht erlebt also auch er dass er das gegenteil kann mich wirklich frei bewegen in der aber das ist halt wirklich eine vertrauenssache die über viele viele jahre gewachsen ist das geht nicht von heute auf morgen ja wir waren noch irgendwas nehmen doch ein aber du kannst gerne auch mal noch okay ich habe ein bisschen ich glaube ich möchte sogar zeigen genau einfach auch zu zeigen wo es weitergeht mit der kamera also jetzt ist ja jetzt nicht nur eine stadion fotografie jetzt hier auch einfach mal die lichtverhältnisse ist es dunkel und man kann trotzdem mit der kamera arbeiten ja aufgrund der der stabilisierung die unfassbar gut geworden ist erzielt man ergebnisse die man vor sieben acht jahren niemals erreicht hätte niemals ja hier auch eine situation die wieder ganz anderes foto ist das ist eine warmachphase von der zweiten mannschaft aus diesem jahr da will ich halt auch mit der kamera rangehen 15 meter muss irgendwas dran sein damit es spannend wird und dass das geht mit 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 der kamera auch eine serienaufnahme dann war das da irgendwie kam 30 bilder pro sekunde durch und hast dann den richtigen moment drauf ne ja auch details ne ist auch auch also ich nutze das das system mit dem 15 meter sehr kompakt also ja so was ich sehe halte ich dann die kamera drauf ja auch ein bier also jetzt da ist so wenn ich jetzt das sehe und macht dem ganzen reden habe ich jetzt sofort das könnte ich sofort trinken aus aus zumindest aus meiner persönlichen sicht die auch während der situation warmachphase testspiel irgendwo ich glaube in grad war das auch ein finde ich eine irre aufnahme mit den mit den fünf jungs mit den zwei masten hinten also dann auch dieser effekt mit dem c41 da drüber das ist wirklich ein für mich ein ja man steht davor dann natürlich auch architektur letztendlich ist es ein architektur foto am flinger bräuch bei uns bei gutem wetter ja auch dafür dafür setze ich sie ein ja jetzt auch mal mit mit fortuna brötchen ein bisschen zum ende zu kommen ja das zweite buch habe ich dann auch rausgebracht an 2018 und da gibt es auch noch exemplare zu kaufen ich glaube 18 18 oder 20 euro sowas und hatte jetzt in diesem jahr vor eine große ausstellung zu machen und da wurde 125 jahre am fünften fünften und ich habe jahrelang darauf hingearbeitet an dem tag eine ausstellung zu machen weil das war es nicht so einfach in den ausstellungsraum zu kriegen wo dann sagen sie möchte aber an dem tag an dem abend aufmachen das war alles geplant das war alles organisiert ja und dann kam corona da war dann auf einmal die war ende und ja hier mal ein bild von dem ausstellungsplakat das ist quasi das leitmotiv nur um dich zu sehen das ist für mich halt auch so sehr symbolisches bild das war in frankfurt mal 7 1 verloren aber der blog hat getobt wir hatten spaß daran und das zeigt für mich wir fahren überall hin um dich zu unterstützen fortuna ja fällt viel aus 2020 wird aber am fünften fünften 2021 wird ein neuer versuch gestartet wenn es dann zugelassen wird quasi dann genau abhängig abhängig von der pandemie natürlich freue ich mich schon sehr drauf weil da habe ich wirklich sehr viel arbeit reingesteckt habe lange lange zeit überlegt wie ich das gestalte und so und ich glaube das wird schon der krach hast du das fotografisch oder dass das umzusetzen ist das beste was ich bisher gemacht habe diese ausstellung ich glaube das wird sehr sehr gut ja damit schließe ich mal das fortuna ding ab gab es noch irgendwelche fragen ja einer die gerade auch noch aktuell ist kann ich noch einmal eingeblendet sehen und ansonsten auf dem tablet müsste es auch noch ein zettel drauf ob mir der zugang zum stein ja verweigert worden ist mit der mit der kamera das ist tatsächlich auch eine gute frage weil man ja mitten mit einer kamera eigentlich nicht rein darf ja und umso größer die kamera ist desto unwahrscheinlicher ist es also wenn die die spiegelreflexkamera sehen dann sagen die auf keinen fall selbst viele stadien sagen wechselobjektiv okay ist ein problem dürfte nicht mit rein nehmen aber bisher hatte ich immer glück also ich konnte dann mit den leuten sprechen habe dann zum beispiel mit ordnern gesprochen dann auch den security boss geholt haben wir das sind 15 mm damit kann ich nichts anfangen ist es doch völlig also dieses völlig absurd weil jedes handy kann 4k aufnahmen machen und also das ist einfach nur aus meiner sicht schikane ja aber das ist tatsächlich ein problem bekommst du nicht ohne weiteres mit einer kamera anstelle ja und ja aber auch da ist es auch sowas wie eine serie halt auch noch nicht angedacht gewesen du hast auch schon ein bisschen kontakt mit den s1 und s5 wahrscheinlich auch schon ein bisschen mitgespielt diesen haben es wahrscheinlich stadion und nicht von innen gesehen schätze ich jetzt spontan keine bundesliga stadion das wird auch nie funktionieren weil die kamera zu groß das system wird zu groß das ist ein anderes system was sich für meine art der fotografie nicht eignet aber da komme ich auch gleich noch mal drauf zurück hier noch eine frage sind die fotos bearbeitet also grundsätzlich bearbeite ich die bilder nicht also es wird nichts retuschiert es ist hatte ich gerade schon gesagt das ist ein c41 filter den gibt es in lightroom gibt es den als standard filter und meine variante ist dann noch ein bisschen modifiziert ein bisschen noch an den kontrasten und und so gearbeitet ja fortuna beendet dann der übergang mit dem lumix system zu meinem beruflichen genau die fortuna geschichte ist halt wirklich spaß da habe ich bock drauf ja also ein herz das projekt und die fotografie macht mit ein hobby von mir ist nie arbeit aber ich nutze die kameras mittlerweile halt auch im alltag im beruf zum beispiel als location check und das ist zum beispiel hier aufnahme die bei einem location entstanden ist wo ich dann sagen kann ja okay die kamera reicht um auch eine geile architektur aufnahmen zu machen jetzt aus der hand ohne stativ und alles da bietet sich das habe ich sogar mit der g 81 gemacht und dem 1260 bin ich mir aber nicht sicher also da versuche ich mich dann auch ein bisschen anders aufzustellen dass ich jetzt nicht nur mit dem 15er losgehe sondern auch 1260 um dann das passende location bild zu machen aber auch in der in der people fotografie ganz 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 entscheidender faktor ist der autofokus der so unfassbar gut geworden ist bei diesen kameras ich habe das natürlich früher immer mit einer spieleflexkamera gemacht ja und wenn ich so eine aufnahme machen musste mit einem langen tele oder längeren tele einer sehr offenen blende waren 90 prozent der bilder waren unscharf ja und jetzt ist es so dass 90 prozent 95 prozent der bilder scharf sind und ich mich voll auf das modell konzentrieren kann ich brauche mich nicht um die in den fokus zu kümmern ja das heißt der fokus wird und das ist jetzt bei der bei der s5 die ich auch mal mitgebracht habe sage ich auch gleich noch mal beispiele auch noch mal im kontinuierlichen modus unfassbar der stellt auf die augen schaden braucht nichts machen selbst auch im halb profil zu gehen ist immer noch alles okay das war vorher noch ein bisschen für die durch die update ist das alles viel viel besser geworden ja auch im stiller bereich nutze ich die kamera wo ich mal für den kunden das hat immer noch mal ihr schnell ein kleines bestell und kann ich mit diesen kameras auch machen weil die auflösung reicht und die informationen der kamera so gut geworden sind das ist für die 80 prozent der anwendung reichen wird ja also dass das funktioniert auch super dann natürlich hier auch für meine school auf lumix die ich gleich noch mal vorstellen werde motive um den leuten zu zeigen was man in meinem workshop macht also da auch hier zwölf millimeter mit der g9 sensationell also ja und man muss nicht viel schleppen erstellt dass also jetzt habe ich jetzt auch wieder fahren ich habe jetzt kurse in zinks gegeben wo leute spiegelreflexkameras mit hatten und wenn du dann mal ein 300er 400er 500er mitnimmst dann weißt du was du trägst ja und wenn du dann 20 kilometer am tag läuft das spürst du am nächsten tagen auch das brauche ich nicht jetzt mache ich anders hier auch fotos die im zusammenhang mit school of lumix entstanden sind auch super da die dass die kamera scharf stellt also dass man damit den fokus methoden super arbeiten kann hier wieder langzeit belichtung von einem und einem workshop der im dezember stattfinden wird hoffentlich architektur benutze ich die s-serie die habe ich jetzt auch quasi zur fügung gestellt bekommen ist das ist mit der s1r und dem 35er von sigma entstanden mit dem mit dem neuen art objektiv und da muss ich ganz ehrlich sagen dass das das ist auch durch diese durch diese spiegellose mit diesem autofokus der kracher also dass das ich möchte nie wieder auf eine spiegelreflexkamera um wechseln weil das ist einfach langsam kompliziert und gibt mir unendlich viele möglichkeiten wird natürlich auch größer ist gerade noch zurückkommen wenn man jetzt hier sieht das ist jetzt die s5 die ja schon sehr kleines wenn man überlegt jetzt hier die dass die g9 also die s5 da tut sich nicht viel aber das objektiv ist eben ein bisschen größer und 35 objektiv von sigma das ist halt auch so und wenn es man ja und das werde ich nicht mit den stadion nehmen weil das das ist ein anderes anderes gebiet da muss man anders arbeiten hat jede kamera hat ihr fällt ja dann was habe ich noch mit der kamera gemacht ja auch hier mit der s-serie auch so eine 35er wo ich dann mal einen tag ans meer fahre hier war sturm das ist ein saute lande am meer auch ein super super foto hotspot finde ich weil unfassbar viel da man da machen kann ja dann auch mal hier so ein test mit dem mit dem echten bokeh was so eine 50er linse hat okay das sind einfach wassertropfen die in die unschärfe gezogen worden sind also auch eine sehr das habe ich während des lockdowns gemacht genau während des harten lockdowns habe ich gesagt okay ich muss irgendwas knipsen man muss kreativ werden und das wetter war gut die sonne schienen habe ich in den schwarzen plexi mit mit glitzerin und wasser gemischt und dann dass die tropfen so schön stehen ja das ist ein typisches beispiel ja dann hier die s5 da noch mal auf die auf den autos focus zu gehen eine serie gemacht wo da gibt es da ist das ist ein tutorial was ich demnächst mal raus bringen werde wie man mit licht umgeht aber das ist super also ich habe mehr als also weit mehr als 95 der bilder sind scharf und das ist wirklich eine riesen hilfe weil man sich um das modell kümmern kann man auch nicht sich um die technik kümmern die technik funktioniert ja und funktioniert ja auch ein anwendungsbeispiel auch mit der s5 50 mm auch was da rauskommt ganz offene blende das ist schon scharf und die iso kannst du hochknallen bis zum abwinken das ist also das sind das sind so viele dinge die dann in der fotografischen welt einem erleichtert werden wirklich unfassbar aber auch nicht nur unbedingt im fotobreich sondern auch halt auch verstärkt im video vor allem bei der s5 jetzt deutlich deutlich stärker natürlich auch bei der s1 h auch schon oder damals noch g5 aber jetzt bei der s5 habe ich auch schon ein bisschen drum gespielt autofokus auch im video bereich sehr sehr präzise und der stabi wirklich extrem gut in kombination nein nein dass das also das video thema mache ich auch aber dass das das fange ich jetzt hier nicht meinst du ja das bringen wir den zeit aber das natürlich hat hier eine g9 also mit dieser super slow motion ja also ich stehe im stadion machen machen schwenk über die über den block wie die fahnen also das ist dann das hat man dabei also dass man ja auch nicht extra noch mal geben wir mitnehmen oder stativ sonst jetzt kann es wirklich in der szenen auch aus der hand schön effektiv auch nutzen genau ja auch hier ein das wird auch ein workshop sein wo wir mal zu einer künstlerin ist atelier fahren von school of lumix dann hier auch noch mal das ist das aber mit der s1 er gemacht 50 mm auch ganz offene blende die schärfe sitzt richtig also das ist wirklich eine riesen hilfe und natürlich auch dann diese schöne unschärfe die entsteht selbst mit einem 50 mm effektiv dann was ein großes gebiet sind kinder bei mir ich wurde ja viele viele kinder und bei kindern musst du auch schnell sein die halt nicht still du hast vielleicht nur zehn sekunden oder fünf sekunden und da muss man einfach unglaublich schnell sein hier ich fotografiere für einen drogerie kette in deutschland deren namen ich nicht nennen darf und da ist es halt das habe ich auch mit der s gemacht und dadurch dass die so schnell geworden ist kriege ich mehr fotos raus in dem moment wo ich fotografiere früher war das dann aber noch dann hast du natürlich in serie geschossen nach 10 15 bilder gehabt dann hast du drüber geguckt hinterher auf dem rechner so gerade aber nur eins sicherheit wäre schön gewesen noch was mehr zu haben ja genau das das ist einfach jetzt möglich dass du da runter ballern kannst nächstes beispiel auch eine kinder funktionieren oft nur wenige wirklich wenige sekunden bevor sie schreien oder keinen bock mehr das ist das schöne an kindern sie sind anarchisten machen auch das so sie bock haben ja dann auch mal eine situation wo ich die kameras auch benutzt auch im fußball oder für andere dinge die high resolution aufnahme die jetzt gerade gerade von der von der es mal ausarbeiten will und da sieht man welche gigantischen aufnahmen man da produzieren kann das ist schon irre für große abzüge für plakate wirklich eine irre qualität wo einfach auch man eine mittelformat kamera pulverisiert im zeit das ist schon irre wo ich da mal darauf an wo ich darauf wirklich darauf aufmerksam geworden bin ich war in da in zinks war letztes jahr letztes jahr letztes jahr und habe ein tier im wald gesehen da ist das ein tier ich kann natürlich nicht dran und habe da okay stelle ich mein stativ auf und mache ein foto in high resolution habe mir das dann hinterher noch mal angeguckt ja und abgesehen dass das eine wild katze war das hat man nur gesehen weil man halt so eine riesen datei hat ja dann das war nicht du mit denen mit den mit den kameras so mal ich sehe auch wir haben nicht mehr so viel zeit ich würde mal sagen vielleicht noch ein kleiner anmerk zu school of lumix dass wir das nicht außen vor lassen und plötzlich die zeit weg ist ja erzähl ein bisschen über das projekt school of lumix hat sich dann ja herauskristallisiert dadurch dass diese zusammenarbeit mit panasonic also mit lumix immer intensiver geworden ist und ich dann auch seit einiger zeit dann markenbotschafter geworden bin und ich hatte die die idee dann zu sagen okay wie workshops geben zu lassen weil das bietet panasonic noch nicht an und gezielt also nicht nur für lumix users können natürlich auch andere leute mitmachen die ein anderes system haben aber da konzepte zu entwickeln die so ein bisschen anders gelagert sind also aus auch mit der erfahrung die ich aus meinen aus meiner beruflichen geschichte habe damit einfließen zu lassen gewisse spots zu suchen zu unterscheiden zwischen einem walk für einsteiger die nur gucken wollen auch dem möglichst den besten support zu geben oder auch klassische workshops anzubieten und das startete jetzt im im frühen wurde natürlich auch dann durch corona so ein bisschen abgehackt aber jetzt läuft das ja wieder alles wieder abgehackt aber jetzt das was wir gemacht haben lief sehr gut waren jetzt eine woche in zings was wirklich sehr erfolgreich war richtig tolle tolle workshops da gehabt und jetzt hatte ich ihn vor zwei wochen workshop in gütersloh in einem theater was auch nur die sensationell ist als unglaublich architektur ist also ich suche da schon möglich sehr sehr besondere orte raus um leuten auch einfach zu zeigen guck mal das ist auch was es geht also nicht nur nicht nur dieses foto walken jetzt im hafen haben da sind wir ja wahrscheinlich laufen da irgendwie so wie junggesellenabstiere foto walks rum da gibt es auch andere spots die unheimlich interessant sind und die muss man nicht als aufgabe stellen ja also da wird viel passieren ich habe gerade ein neues programm online schon mal die ersten kurse für das nächste jahr jetzt gibt es mitte des monats gibt es vielleicht noch ein der aber ja schon ausgebucht ist ansonsten im dezember gibt es noch einen mit langzeitbelichtung dann erst wieder im februar zu finden sind dann über die lumix seite und ist es da dann verlinkt oder wie kommt man da dann also es gibt es die school auf lumix gibt es halt auf facebook gibt es auch bei instagram und die klassische webseite das ist cool auf lumix.de aber das sieht man das wird man finden das sollte kein thema so ok also wer interesse hat kann auch wo ich mal ein bisschen reinschauen und wenn man was lernen möchte ist man auf jeden fall nicht abgeneigt ja ja das sind alle willkommen also da ist ich sage mal von jung bis alt und auch von mann bis frau finde ich auch ganz wichtig zu sagen sehr sehr hohen frauenanteil in der in den in den kursen und das ist mir auch ganz wichtig dass man dass ich auch auf jeden individuell eingehen dass ich jetzt nicht sage das ist ein technik workshop und ihr müsst wissen wenn du noch nicht bei blende acht bist dann stell auf p ja also mir ist es wichtig dass du mit der kamera fotografiert und spaß daran hast technik ist okay okay genau zeit geht langsam zu ende ich würde sagen wir haben leider keine zeit mehr in diesem sport aber wenn ihr noch fragen habt gerne auf rotokoch.de slash frage patrick ist noch etwas da erst noch im chat beantworte der gern noch offen gebliebenen fragen egal ob jetzt über fortuna oder fotografie oder natürlich lumix in dem sinne von daher vielen dank dass du da warst ich hoffe die zeit war in ordnung und ich wünsche noch einen schönen tag ich danke euch